So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal RamsderDicke. Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, denn heute gibt es wieder eine Folge Max Out Monday. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf, obwohl wir gestern ja auch schon was gemaxed haben, nämlich das der Lucy-Weiderentwicklungskosturso-Bärchen auf Level 50. Das war auf jeden Fall richtig genial. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich werde es auch so machen, da die Leute sich meistens gar nicht dafür interessieren, was für ein Event gerade läuft. Ich, aber ja immer weiß, was für ein Event gerade läuft, uns im Event meistens ein Pokémon gibt, was heraussticht, dass ich das Titel-Pokémon für die Max Out Monday-Folge jetzt versuche, selbst immer zu bestimmen und dann noch fünf Zuschauerwünsche mit reinnehme. Ich möchte heute, wenn wir hier auf vier Sternchen gehen, ihr wisst ja immer, welche Auswahlkriterien ich habe. Es muss ein Hunderter sein und ich muss genügend XL haben, um das direkt auf 50 zu pushen. Was war jetzt in der Umweltwoche neu? Kommandutan. Wer sieht richtig cool aus? Kommandutan. Wer hat einen Sturzhelm und einen Umhang? Kommandutan. Deswegen werden wir jetzt hier als allererstes Pokémon ein Kommandutan nehmen mit 100% und das auf Level 50 pushen, denn ich weiß, dass unter den sechs Vorschlägen bestimmt kein Kommandutan dabei wäre, aber es ist einfach so passend, jetzt während die Umweltwoche noch läuft, ein Kommandutan zu maxen. Im Oster-Event habe ich gedacht, nehmt bitte mal den Osterhasen, den krabbelt. Hat keiner gemacht. Also werde ich jetzt mal das Zügel ein bisschen selbst in die Hand nehmen. Wir werden zuerst hier also dieses Kommandutan maxen auf 2770. Das ist auf jeden Fall nicht so krass, aber ich finde das Pokémon trotzdem übelst cool. Guckt es euch doch einfach an, wie es mit seinem Fächer hier wild um sich schlägt, wie der Teppich hinten rumfranselt. Also ich habe viele gelesen, die gesagt haben, ja, die können damit nichts anfangen. Ah, das ist voll hässlich und ne, sie haben keinen Bock auf den Affen, aber ich finde das cool. Ich habe das gemaxed. Das war meins. Jetzt kommen wir nämlich zu euch. Wir gucken nämlich extra jetzt mal auf YouTube, was wir da noch alles haben. Da gehen wir mal hier drauf, suchen uns die letzte Max Out Monday Folge raus bei Videos. Da seht ihr, wir haben ganz viel gemacht wieder in der ganzen Woche. Und hier ist, pass auf hier, Quajutsu Level 50 war das Titel-Pokémon vom letzten Mal. Das kam aber nicht von mir, das kam von euch. Jetzt muss ich hier mal kurz Pause drücken. Wir gehen auf die Kommentare. Es gibt 40 Kommentare. Wir sortieren wieder nach Neustat zuerst und fangen mit dem allerersten unten an. Und es ist, wer hat den ersten Kommentar geschrieben? Luca Lauber, kannst du mal ein Dialga, Mewtwo oder Palkia maxen? Und dann, zweiter Kommentar, Luca Lauber, kannst du ein Dialga, Mewtwo oder Palkia maxen? Der hat sich auf jeden Fall richtig Mühe gegeben. Um das bisschen aufzufrischen, dient die Max Out Monday Folge auch dazu, um euch zu zeigen, was überhaupt schon gemaxed ist. Also, Dialga, haben wir gezeigt. Hammer schon. Level 50. 100% gemaxed. Mewtwo. Jetzt ist wieder alles weg. Junge, hör auf. Mops mich nicht schon wieder. Mewtwo. 100% Level 50 ist gemaxed. Palkia. 100% Level 50 ist gemaxed. Also, danke für die drei Vorschläge. Waren aber alle schon da. Natürlich gibt es immer mal wieder neue Leute, die wissen nicht, was in den alten Folgen schon gemaxed wurde. Aber die neuen Leute sehen dann auch gleich, was gemaxed ist. Und irgendwann haben wir vielleicht nur Kommentare, die alle möglich sind. Obwohl das auch nicht. Es ist einfach, es gibt so viele Pokémon, also richtig brutal. Mark niemals hat jetzt geschrieben. Meine Vorschläge, X-Bud, Kabutops und Labras habe ich aktuell als Buddy, um die XL zu sammeln. Ich muss immer noch als Buddy mit Aerodactyl rumrennen, um da was zu kriegen. Also, X-Bud, Kabutops oder Labras. Labras würde mich am meisten von denen interessieren. Ich weiß aber, beim Labras habe ich die XL nicht zusammen. Ich habe da 11, da muss mal ein Event her. Äh, Kabutops, haben wir hier eins. Können wir leider nicht maxen, da fehlen die XL. Aber wir haben noch X-Bud. Kann man den maxen? Der ist schon gemaxed. Also kein Mark niemals Vorschlag dabei. Henry Herford, entweder ein Osterhasen oder Krawumms auf Level 50. Danke für die Entwicklung vom Pokémon Vorschlag. Tja, der Osterhase, wenn ich jetzt Osterhase eingebe, steht da leider nichts da. Wir gucken mal nach dem Krawumms. So, da ist ein Krawumms. Das würde gehen auf Level 50. Wir ziehen es mal rüber. 2.654. Und wir machen den Tag natürlich wieder dran. Jetzt braucht ihr mir nicht mehr mit Osterhasen kommen. Jetzt müssen wir die Osterhasen aufheben für das nächste Ostern. Oder wenn alle Vorschläge durch sind und wir nicht weiterkommen. So, weiter haben wir hier. CG22, Tromborg, Admurei, Grandias. Wäre super. Admurei ist Wasserstarter. Müsste also auf 50 sein. Wir haben nämlich mal eine Folge gemacht, wo wir alle Wasserstarter auf 50 gepusht haben. Das passt. Grandiras, das ist das Neue. Da fehlen mir natürlich XL-Baumms, weil der ist einfach auch mega selten. Also das würde nicht gehen. Aber Tromborg hat er noch geschrieben. Tromborg ist aber schon auf Level 50, 100%. Da hätte ich jetzt gedacht, das funktioniert. Da wusste ich selber nicht mehr, dass er schon gemaxed ist. Aber er ist gemaxed. Also auch leider hier nix. Dann haben wir Bruno, der Kameramann. Ein Level 50. Serapendra oder Tantrak wäre cool. Da bin ich ja komplett überfragt. Äh, Tantrak. Tantrak, Serapendra. Serapendra ist bestimmt der Human-Sanipede. Serapendra. Serapendra. Genau, Serapendra. Funktioniert. Der ist... Oh, ist der eklig. Ich weiß nicht. Wenn ich den sehe, ich finde ihn nicht hübsch. Ich finde, es ist eines der ekligsten Pokémon, die es gibt. Guck dir die ganzen Füße an da vorne dran. Also das ist wirklich, dem möchte ich nicht begegnen. Da würde ich wahrscheinlich einfach drauf treten. Und das dürft er nicht. Und deswegen lasst ihn lieber in Ruhe. Begegnet ihm nicht. Was ist jetzt aber ein... Ein Tantrak. Jetzt muss ich... Das ist mega peinlich. Jetzt muss ich kurz gucken, was Tantrak ist. Tantrak ist der Kollege hier. Der wäre eh nicht gegangen. Von Algit. Wäre nicht gegangen. Da fehlen die XL. Aber einen Vorschlag haben wir ja. Das heißt, wir haben jetzt was? Drei Pokémon gemaxed. Bis jetzt, glaube ich. Krawumms, genau. Serapendra. Und wer war nicht dabei? Mein eigener. Zwei würden also noch gehen. Lennart. Girafarig auf 50. Und Farbigel. 100% Toggetik. Was du beim 4-Stände-Eintippen gezeigt hast. Quajutsu ist von Ash auf dem Thumbnail. Ja. Bei der letzten Folge. Girafarig. Schauen wir mal, ob wir Girafarig machen können. Oder Girafarig sogar schon mal gemacht haben. Giragurke. Wir haben Gurke eingegeben. Guckt, da ist. Warum heißt das Gurke? Wer weiß es? Ihr wisst nicht. Gurke ist einfach am Start. Wir suchen aber Girafarig. Schon wieder. Gira. Gira. W. Girafarig. Geht leider nicht. Fehlen die XL. Selbst wenn wir umwandeln, reicht es nicht. So. Farbigel. Farbigel hat er immer noch. Farbigel geht auch nicht. Weil da fehlen auch die XL. Wie viel haben wir jetzt bei Farbigel? Er hat ja gesagt, er macht das immer. Wir haben zwar ein 100er da, aber wir haben nur ein 173 XL. Da fehlt noch ein bisschen was. 25 könnte man auch machen. Jetzt sagt er Togepi. Das, was da ankam. Aber wir haben ja schon ein 100% Togekiss gemaxed. Wenn ich noch Vorschläge habe, wird weitergemacht. Wenn ich keine mehr in der Folge habe, würde ich das Togepi maxen. Aber ich glaube, wir kriegen bestimmt noch drei Stück zusammen. Gryfeldes oder Krawumms. Krawumms schon das zweite Mal von Balou. Haben wir schon gemacht. Gryfeldes. Jetzt muss ich mal schauen. Gryfeldes habe ich keinen 100er. Wir haben aber mal in einer Folge mit Hannes und Isbo ein Shiny Gryfeldes gemaxed. Einfach so aus Spaß. Ich glaube, XL hätte ich da auch zusammen. Aber da brauche ich leider noch einen 100er, um das hoch zu pushen. Nochmal. YouTube DJ Lukia, bitte maxen. Habe mein 100% Lukia heute auf 50 gepusht. Lukia ist auch auf 50. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Guck. Hier. 100% Lukia. Wir haben noch ein zweites 100% Lukia. Das ist nicht auf 50. Das werden wir erstmal so lassen. War auch mal ein Pokémon, was im Titel stand. Lukia maxed, gepusht. Ich habe extra eine Hand gemacht auf Lukia. Max, mal bitte deinen 100er Shiny Xerox. Lukas. Äh, habe ich da Bonbons? Jetzt muss ich gucken. Xerox. 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 Fehlen wahrscheinlich XL. Ja, fehlen XL. Kann ich also leider nicht machen. Lukas passt auch nicht. Sarina sagt, Amonitas oder Kabutops, falls du das noch nicht hast. Kabutops haben wir ja gesehen. Fehlen XL. Was ist mit Amonitas? Amonitas, Amoroso. Geht auch nicht. Fehlen auch XL. Da seht ihr, welche Pokémon wirklich oft da sind und welche nicht. Die nehme ich nicht. Giona, Seibel. Ein Schadrago, Wuffels oder Grandiras wäre cool. Und kannst du mich vielleicht adden, wenn du nicht zu viele Freunde hast? Mein Code ist... Was habe ich da geschrieben? Hab geedit. Danke. Aha, so einfach geht's. Schadrago, Wuffels, Grandiras kann ich euch gleich sagen. Ich habe kein 100er Schadrago. Ich habe kein 100er Wuffels. Grandiras haben wir vorhin gezeigt. 100er ist da. Aber ich habe keine XL. Und bei Wuffels und Schadrago habe ich auch keine XL, weil ich von denen einfach keine Raids gemacht habe. Ich habe Shiny Schadrago. Ich habe Shiny Wuffels. Alle vier Stück. Aber ich habe keine XL, weil ich selber keine Raids gemacht habe. Nur mit den kleinen und dann rüber getauscht. Dann, Henry Conle, Grebbit wäre cool. Oder Akani Formio, egal welche Form. Oder Mango Spector aka Donald Trump. Grebbit steht als erstes hier. Also guck mal kurz auf Grebbit. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich doch den Osterhasen hier. Der ist jetzt hier 14.01. Der wird jetzt gemaxed. Der hat das Bierfass auf dem Bauch. Der sieht cool aus. Kommt auf 17.06. Kriegt jetzt auch... Alter, die Ohren sind einfach Hände. Sehe ich jetzt erst. Wie krank ist das denn? Wer lässt sich sowas einfallen? Boah, Alter. Der hat einen ordentlichen Burp drauf. So, Grebbit ist auf jeden Fall gemaxed. Akani Formio. Mango Spector. Bitte, wenn du da noch möchtest, die wieder vorschlagen für die nächste Folge, weil ich kann ja nicht sechs Leute von einem nehmen. Dann haben wir Luca Haschler. Hi, Max, bitte mal ein Pebek. Dritte Entwicklung. Pebek, Pebek. Haben wir das nicht schon? Nee, das war das andere. Pebek. Pebek. Hä? Habe ich das... Habe ich das noch gar nicht gemacht? Doch. Das haben wir beim letzten Mal auch. Ich sehe aber... Ich muss das doch noch entwickeln, dass die Familie wieder voll ist. Also wir haben erst eine Folge gehabt. Da haben wir Pebek entwickelt dann alles. Aber dann habe ich irgendwie das vergessen, nochmal das Zweite zu entwickeln, dass wir die Familie als Hunder da auf der Hand haben. Das fehlt also. Ich wüsste auch gar nicht gerade, wie es heißt. Es heißt, es heißt, gleich steht es nämlich da, Trompec. Die heißen ja alle fast gleich. Trompec. Und was war das andere? Trombok. Trombim-Bab-Badabu. Jetzt haben wir das auf jeden Fall auch. Dann haben wir hier vielleicht Caboera wäre cool. Train-Phil. Caboera. Da bin ich mal gespannt. Caboera ist ein Hunderter da. Wir haben sogar Rabauts-Bomboms genügend. Wir können ein Caboera maxen auf 2438. Guck mal, wie sich's freut. Das dreht sich auf dem Kopf mit Gyros am Ball. Nehmen wir also auch mit. So, bitteschön. Das müsste jetzt die Nummer 5, glaube ich, gewesen sein. NetGhost. Hallöle. Wie wäre es mit einem Hunderter Kugelai? Habe ich leider nicht. Und natürlich auch keine XL. Weil, habe ich nicht. Habe ich einfach nicht. Oder doch lieber ein Hunderter Potrot, sagt der NetGhost. Schauen wir mal nach Potrot. Pot. Pit. Pot. Pot. Potrot. Auch keine XL vorhanden, leider. Geht also auch nicht. Bisa-Fan-Enzo. Ich mache mal sieben Vorschläge. Uh, darauf, dass einer passt. Shiggy mit Zylinder. Wohin genau? Mit Partyhut. Sesurio. Zopiris mit Lichtelmütze. Raichu mit Sonnenbrille. Und Sonnenhut. Psiogon weiblich. Oder Palimbalimber. Alter, was ist das mit ihm? Shiggy. Vor allem Shiggy mit Zylinder. Ich habe hier... Ich habe Shiggy mit Sonnenbrille. Aber ich habe ja schon einen Turtok. Würde ich... Ich würde natürlich einen Turtok maxen. Dann. Ein Hunderter. Aber es... Wir haben ja dieses... Haben wir ja schon da. Guck mal. Das ist Level 50. Mega-Entwicklung. 100%. Shiny. Sonnenbrille. Alles da. Wohingenau mit Partyhut. Haben wir denn einen Wohingenau als Hunderter? Wir haben das Kleine. Wir haben das Große. Mit Partyhut haben wir natürlich kein Hunderter. Aber wir haben hier männlich-weiblich Dings. Können wir da eins maxen? Wohingenau können wir nicht maxen? Sesurio. Habe ich kein Hunderter? Weiß ich jetzt schon. Zopiris. Was wollt ihr mit euren Mützen? Also ich kann nach Zopiris gucken. Aber nicht nach Mützen. Zopiris würde funktionieren als Level 50er. Machen wir Zopiris. Ist sogar Best Buddy. Guckt euch das an. 1668. Der kriegt ja auch nochmal eine Mega-Entwicklung. Jetzt machen wir hier den Tag auch dran. Level 50. Raichu. Psyogon. Das interessiert mich jetzt aber trotzdem. Haben wir eigentlich einen Pikachu oder Raichu auf 50 gemacht mal? Ja, Hammer. Jetzt muss ich mal nach Psyogon gucken. Ach so. Ja, habe ich keinen Hunderter. Pass auf. Palim, Palim. Fehlen die XL. Also wäre eh nichts geworden. So. Dann. Was hat es nicht reingeschafft? Weil ich glaube, das waren jetzt sechs Vorschläge. XD-Playing. Grüße gehen raus. Benjamin Engel. Grüße gehen raus. Gib deinem Hunderter Hythera mal bitte Zauberschein als Ladeattacke. Haben wir noch Hythera, die Dings dran. Jetzt heißt es Bonn-Sack. Und jetzt kriegt es auch noch hier Zauberschein als Ladeattacke. Oder was? Machen wir hier rein. Zauberschein. Passt. Wollen wir vorlesen? XD-Playing hatte Rabigator und hat das 1337er Alola Knocker. Aber das würde ich ja eigentlich nicht maxen wollen. Dann ist ja die 1337er nicht mehr da. Rabigator habe ich keinen Hunderter. Benjamin Engel kann nur Slime oder 50. Würde wahrscheinlich funktionieren. Aber müsstest du nochmal vorschlagen dann. Hier. Moin Moin. Hallo. Flampivian. Toxikak. Deponitox. Da sind auch viele davon schon nach 50. Gerne aber trotzdem nochmal vorschlagen. Können wir dann reingucken. Ellen Graman. Mein Lieblings-Pokémon ist Lucario. Darf auch shiny sein. Habe ich keinen Hunderter. Dann Maurice Vasi. Chillabelle. Krawumms. Amit Diffel. Monozyto. Molly Moor. Aber vielleicht ist ja was dabei. Da sind auf jeden Fall welche dabei, die auch schon gemaxed sind. Wie Krawumms und Monozyto glaube ich. Amit Diffel könnte auch sein. Chillabelle. Müsste ich mir angucken. Vielleicht auch nochmal vorschlagen. Einfach. Luca Lauber. Schon mal. Nochmal wieder. Wenn meine drei nicht gehen, dann Luke ja. Hammer. Bisburg. Bibor. Bibor ist auch. Bisburg weiß ich gerade nicht. Ein Melmetal. Ist auch auf 50 schon. Shenlong kann man schon dazu sagen. Alexander Ahringer. Okay. Das war so. Shenaya. Maxen Nocchan. Leider zu spät. Max das Milzer. Leider zu spät. Nogo Regiram. Mew to Diktri. Leider zu spät. Regiram ist aber auf 50. Thomas Borgenhagen. Yeah. King und Queen. A50 passte gut hintereinander. Grüße gehen raus. Benenne dein Fiaro bitte in Kölny um. Sagt der Kölny. Den Wunsch können wir dem Kölny vielleicht noch machen. Kölny. Das Fiaro. So. Hier. Heißt es halt einfach jetzt Kölny. Jetzt haben wir einen Bonsack und einen Kölny drin. Äh. Heiko. Ich wünsche mir ein Kommandutan auf Level 50. Das wäre jetzt so spät gewesen. Nämlich das wäre nicht dran gekommen. Deswegen habe ich das gleich selber gemacht. Grüße an Heiko. Grüße hier an den komischen Porno. Äh. Dings. Erstmal melden. Und dann weg. Tschüss. Dann sind wir schon oben. Also sind trotzdem fast alle drangekommen. Eine Handvoll hat es nicht reingeschafft. Aber die Handvoll kann gerne unter dieses Video nochmal Vorschläge machen und kommentieren. Auch wenn euer Vorschlag jetzt nicht überprüft oder genannt wurde. Macht das bitte. Schreibt das drunter. Wir brauchen wieder 5 Vorschläge fürs nächste Mal. Oder wenn es kein spezielles Event Pokémon gibt. Nehme ich natürlich 6 Vorschläge wieder von euch. Ansonsten wird es immer spannender. Weil es ja immer weniger wird. Was passt. Weil dann immer mehr auch schon dann gemaxed ist. Insgesamt könnte man mal gucken. Wie viele Pokémon jetzt hier auf Dings sind. Level 50 Pokémon 228 haben diesen Tag. Vielleicht habe ich auch ein paar vergessen. Kann man sich irgendwann mal angucken. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Macht Vorschläge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Beziehungsweise bis heute Abend. Bei Chill mit Ramses. Da gibt es 10 Kurelei zu gewinnen. Schaltet ein. Nehmt am Gewinnspiel noch teil. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis heute Abend. Und ciao.